Hallo Leute, Herzlich Willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World So und wir müssen da rüber, das heißt wir müssen wahrscheinlich hier hoch So, ähm ich esse ein bisschen was nebenbei, also nicht wundern Hm, warte ich was im Mund hab So, gehen wir hier mal rüber Hm, so sowieso Ja, das muss aber gehen werden Erstmal müssen wir ne Brücke bauen So Reparieren sie das hier Ja, weiter Ja Oh Yo Oh Okay, ich hab alle Oh, ich hab einen goldenen Stein, geil Hm Welches Fahrzeug nehmen wir jetzt? Ich nehm das Polizeiding Ach, warten wir mal Wow Wo müssen wir hier rein? Was ist das? Ich glaub hier war mal ein Dino Warte mal, wir müssen da ja irgendwie rein, gell? Ach, er kann das bauen, warum kann so der Junge das bauen? Egal Egal Ich glaube das hab ich noch nicht erzählt Alles klar Tante Claire schickt sicher jemanden um uns zu suchen Wir warten hier Er wird uns finden Wird er nicht Lass das Komm schon Der ist bestimmt schon da drin Der ist bestimmt schon da drin Was steht da? Also Gar nichts Hm, jetzt sind wir im Parkhaus Digga Ich hab schon gewundert, warum ich hier nix weg packen kann So Jetzt erstmal alles kaputt Zack, zack, zack Zack, zack So Okay Der braucht so alles Im Prinzip Okay, müssen wir irgendwas reparieren So Okay Okay Das können wir nicht Meine Hüte Ich geh mal hier ein bisschen mehr ran Weil jetzt haben wir das hier repariert Ich glaub jetzt geht das Tor auf und ich kann da rein Keine Sorge Ist da drin Keine Sorge, ich regle das Human Slow Ja, was war das für ein Sprung? Ah, da kommt jetzt irgendwas raus. Ein Eis. Geil. Das kam jetzt. Oh, ne, warte. So. Ich glaub, ihm schmeckt's. Ich hab Fleisch gefunden. Ich frag mich, wie frisch das ist. So. Ich glaub, ihm geht's schon besser, Zack. Kannst du mir da hochhelfen? Ich sehe einen Schokoriegel auf dem anderen Regal. Ich kann ihn durch den Schacht erreichen. Warte eine Sekunde. Geschafft. So. Jetzt perfekt. Jetzt können wir den auch sein, oder was? Oha, geil. Au. Ich hab mir gegen den Tisch gehauen aus Versehen. Sorry, Leute. Okay, so. Nehmen wir eben einen kleinen Snack. Haben. Mhm. Mhm. So, machen wir jetzt hier mal wieder alles kaputt. Schauen wir das hier mal kurz. Na los. Rüber mit dir, Gray. So. Der fährt nirgendwo hin. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderrad. Okay, ein Auto. Damit sollen wir bestimmt fahren. So. Zack, zack, zack. Ja, da gehe ich gleich rein. So. Wats, wats, wats. Okay, dann setzen wir auf. Hm. Die Frage ist nur, wofür das jetzt für den Kollegen hin? Hm. So. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Ne. Gut, wir gehen jetzt erst mal in das hier rein. Aber warte mal, das führt zur anderen Seite, ne? Gut, dann gehe ich doch noch kurz in das andere. rein mit dir. Geschafft. Okay, so. Mal wieder raus. Und mit dir mal hier runter, ne? So. So. Weil es fehlt trotzdem noch so ein Ding, ne? So ein Benzinkanister. Wo soll der sein? Das ist die Frage. Ich glaube, tatsächlich, ich muss doch irgendwie auf die andere Seite erst mal gehen. Ah, ich weiß, wo der ist. Der ist hier drin. Hier drin ist der. Habt den Sprit und eine brennende Pfeil in der Hand. So. Jetzt fehlt aber noch so eine Batterie, ne? Gut, dann gehen wir jetzt hier mal, äh, mit dem Ding raus. Gehen wir durch Bäume, Alter? Okay. So. Machen wir das hier mal auf. Gehen wir das hier mal auf. Geh, gehen wir das hier mal auf. Okay, so. So. Okay. Ah, da holen wir die jetzt, glaube ich, raus, Kanda. Jo, da ist sie. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Digga, du sollst das andere hier hauen. Ja, das, genau. So. Okay, die gehen alle nicht an. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Auto, ne? Dann gehen wir jetzt einmal zum Auto. Motor, check. Mal sehen, ob er anspringt. Oh, es funktioniert! Hast du überhaupt einen Führerschein? Nein, nur den Teil mit dem Fahren. Nein! Nein! Ihr Peil-Implantat. Sie hat es sich ausgerissen. Sie sind entwischt. Jo, das sind sie. Hören Sie das? Handy dachte schon, die wurden gefressen. Wir haben sie den zum Laufen gebracht. Hm? Da kommt der Dino. Jo. Wenn ich mir grad stelle ist, kommt der da rein? Die Frage hat sie beantwortet. Die Frage hat sie beantwortet. Ja. Lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Willen mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao. Ciao. Auch wenn uns grad sieben Stunden trenn, ich würd tausend Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würd'n Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Wo-oh, oh-oh, in deinen Armen zu pennen. Wo-oh, oh-oh, durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würd'n Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen.